Moin Moin, hallo und willkommen zum ersten kleinen Paintingausflug mit mir, eurem Zigaro und den Miniaturen von Games Workshop, den Space Marines vor Primaris, also vor den jetzt aktuellen Figuren. Ich präsentiere euch das mal kurz ein bisschen was ist an dieser Figur, was da auch nicht rangehört, das kommen wir später zu. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich noch eine kleine Sache bearbeiten muss, bevor ich irgendwann mal ins komplette Painting gehe, dass ich mal eine ganze Figur anmale per Video. Ich stelle euch mal kurz einen fertigen Marine daneben, der schon die Farbübergänge an den Schultern, einen Backpack und auf dem Kopf hat. Und wenn die Kameraeinstellung irgendwie nicht klappt oder so, dann seht es mir nach. Ist das erste Mal, dass ich das mache. Wirklich das allererste Mal. Ich habe hier einen Standfuß, ich habe keine Kamera, ich habe ein Blatt Papier darunter gelegt und da hinten seht ihr sogar noch meine Tastatur. Also semi-professionell würde ich sagen. Aber wenn ihr Tipps habt, dann könnt ihr mir die gerne nennen und dann kann ich das auch sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne umsetzen. So. Zu dem Bemalen der Schultern gehört, dass ich mehrere Farben verwenden muss. Die stelle ich euch jetzt auch gleich mal vor. So. Ihr seht bereits, dass ich mit hell zu dunkelgelb gearbeitet habe beim linken. Mit dem Visi auf der Knarre. Bei dem normalen. Bei dem hier rechts mit der Plasma-Waffe habe ich es bereits angepasst, dass ich auch mit sehr viel Orange und mit der Farbe, also mit einer anderen Farbe gearbeitet habe. Was ihr auch schön sehen könnt an dem, finde ich, wo ich ein bisschen stolz drauf bin, ist, dass diese Laser, diese Energie, die Batterie in seiner Knarre, angepasst ist mit hell und dunkel im Blau. Na, das kann man sehr gut sehen. So. Jetzt nehmen wir uns ihn aber mal vor. Mal ganz kurz die Farben holen. So. Das sind drei Farben, mit denen ich arbeite. Wir haben einmal Sun Yellow von Valero. Dann haben wir Orange Fire, auch von Valero, Game Color. Und eine Model Color, und zwar die Khan Made Flat Flash. Die nehme ich auch. Und die ist so der Mittelton. Die hilft mir dann doch, diesen Übergang gut hinzukriegen. Und da kommen wir jetzt später zu. Okay, ja. Mit diesen beiden Farben versuche ich dann, die Schultern vernünftig zu bearbeiten. Werde ich mir jetzt ganz kurz mal auf mein selbst gebautes, kleines, ja, Farbtableau hier träufeln. Da komme ich auch vielleicht nochmal irgendwann zu, wenn ihr mich fragt, ja, wie ich das mache. Ich halte die recht lange feucht, die Farben. Also ich verschwende nicht gerne viel. Die werden bei mir eigentlich auch nicht so schnell trocken. Das nennt sich im professionellen Sinne Wet Palette. Ich habe aber keine Wet Palette mehr gekauft. Ich habe mir selbst gemacht. Ja, das geht ganz easy. Dazu mache ich vielleicht später nochmal ein kurzes Video, um euch das zu zeigen, wenn ihr Interesse habt. Ihr könnt die Gelbtöne noch mit zwei Farben verändern, mit Negro Black und mit Death White, auch Game Colors von Valejo. Ich nehme da tatsächlich hauptsächlich nur Weiß jetzt erstmal, weil die Töne auf der Schulter doch dunkel genug sind aufgrund des Orangetons. Ihr braucht nicht zwingend Schwarz. Gut, fangen wir an. Und zwar, und das hoffe ich, dass ich das jetzt alles richtig halte und dass das alles funktioniert, auch für euch von der Schärfe und dass das angenehm ist. Und zwar funktioniert es wie folgt. Nur mal kurz die Farben so mixen. Wir nehmen ein Teil gelb und mixen den recht stark mit Weiß. 2 zu 1. Und versuchen hier oben. Das ist ja schon vorgefärbt, ne? Also muss man dazu auch sagen, wenn ich jetzt aus dem Kalten starten würde, bräuchte man circa, ich denke, zwei, drei Layer. Also Farbübergänge. Hier oben, kurz vor dem hellen weißen Ton ganz oben drauf, ziehe ich diese gefärbte, eingefärbte... diesen eingefärbten, mit weiß eingefärbten, gelbten Ton bis nach oben hoch. Den könnt ihr dann auch noch stärker natürlich mit weiß mixen, um bis zur Spitze hoch zu gehen. Ein bisschen unscharf, das tut mir leid, das sehe ich jetzt auch erst. Und jetzt seht ihr, da oben drauf scheint die Helligkeit drauf. Da oben drauf ist es heller. Und das muss jetzt auch nicht perfekt angepasst sein. Das kann auch ruhig ein bisschen Übergänge haben. Ihr wisst, wenn das Licht einfällt, dann kann das schnell mal passieren, dass Schatten irgendwo rauf fällt. Oder dass es dann doch heller oben drauf, als an der Seite ist. Das ist normal. Gut, der nächste Farbübergang. Ich versuche das jetzt gleich mal ein bisschen besser zu halten. Tipps nehme ich da sehr gerne an, wie ich die Kamera positionieren sollte und so. Und das nächste müssen wir machen, dass wir den Übergang bis dort ziehen. Das heißt, dieser Übergang, da nehmen wir dann gelb, ein bisschen mehr gelb hinzu. So, ein bisschen näher ran. Da nehmen wir dann ein bisschen mehr gelb hinzu gleich, um diesen Übergang vernünftig zu erreichen. Dass wir von hellgelb auf dunkelgelb und dann schlussendlich auf die Model Color, die ich genannt habe, diese Flash Color und auf Orange ziehen, damit es schlussendlich so aussieht. Auch wenn da die Schulter nicht so sauber geworden ist. Fällt mir auch auf in der Mitte. Das passiert nach und nach. Wir haben das Ding zwar schon gefinisht auf der linken Seite, dass da die Farben geschützt sind, aber da habe ich noch ein bisschen missgebaut. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin ja auch kein Profi darin. Ich bin trotzdem zufrieden und zeige euch, wie das funktioniert. So, jetzt habe ich es ein bisschen gemixt, ein bisschen mehr gelb reingenommen, wie ihr seht. Da ziehen wir dann die Mitte noch hinzu. Und schlussendlich versuchen wir halt, einen guten Übergang zu schaffen. Da können auch Farben ruhig mal ein bisschen arg herausstechen. Jetzt seht ihr, darunter ist jetzt immer noch ein zu heller Streifen. Und diesen hellen Streifen kriegen wir weg, indem wir noch ein dunkleres Gelb nehmen, also noch reineres Gelb. Fast komplett reines Gelb. Ohne Weißzumischung. Und die vorgefärbte Sache war nur Gelb mit Hell und Weiß. Nichts anderes. Also es war unten dunkelgelb, Mitte war mit 50-50. Also 50-50 heißt 1 zu 1, Weiß und Gelb genommen und oben Weißen dort drauf. Und das hat mir nicht gereicht. Jetzt nehmen wir die Model Color, die ich angesprochen habe und mixen die mit Gelb zusammen, mit dem Sun Yellow zusammen. Und kriegen dann sozusagen den Übergang hin vor Orangezumischung. Vor der Tiefe der Schulter unten, wo das Licht nicht stark drauf trifft. Da kommen wir jetzt und zwar hier. Die Model Color ist aus Prinzip, das habe ich gemerkt, flüssiger. Die muss entweder schütteln, ich nehme nicht genug. Aber da gibt es einen Trick. Die Pigmente der Farbe legen sich jetzt trotzdem auf die Schulter. Dann trocknet ihr den Pinsel mit einem Küchentuch. Und zieht den Pinsel dann immer über diese feuchte Stelle. Dann habt ihr nach und nach die Farbpigmente drauf. Und das Wasser geht raus und trotzdem habt ihr diesen Farbübergang. Und jetzt nehmt ihr noch stärker Orange hinzu. Das erste Mal, wenn, verwenden wir jetzt dann Orange. Für den tiefen Punkt der Schulter. Da, wo am wenigsten Licht drauf fällt. In der, in dem Testdurchlauf, den wir jetzt hier machen. Und dann mixt ihr dieses Orange mit der Model Color. 1 zu 1. Jetzt habe ich da Dreck drauf gemacht. 1 zu 1. Und bleibt kurz vor der Kante, vor dem tiefsten Punkt damit. Und der allerletzte Schritt. Klar, wir müssen auch die Feuchtigkeit ein bisschen rausnehmen. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen. Ja, fehlerbehaftet sind wir alle. So, jetzt ziehe ich die Farbe raus. Die Feuchtigkeit, die Flüssigkeit, die Farbpigmente bleiben. Und jetzt kommen wir mit Orange dazu. Hätte ich das mal ein bisschen anders. So. Noch ein bisschen Feuchtigkeit rausnehmen. Küchen, könnt ihr euch ein Küchentuch einfach nehmen. Ein Silber oder was weiß ich. Das hilft. Und jetzt nehmt ihr noch ein bisschen Orange. Und jetzt meint ihr bestimmt gleich, das ist zu krass. Also das ist zu, zu intensiv. Das Orange. Da kann ich euch aber sagen, wir sind ja noch nicht fertig mit den Farbübergängen. Und wenn man mal ein bisschen übermalt, auf eine Kante kommt oder so. Ich bin da nicht so. Ich bin kein Profi. Ich bin jemand, der gerne die Modelle einfach anmalt. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt es euch wie eine Kugel vorstellen. Und könnt dann ein bisschen am Schulterpad noch nach oben fahren mit dem dunklen Ton. Und jetzt müssen wir den Übergang von Orange noch einmalig zum Gelb schöner machen. Ich sehe gerade diese Schulterpad ist schöner als auf der linken Seite. Geht schon. So und jetzt mixen wir Orange mit der Flash Color. Und ziehen nochmal den Übergang ganz vorsichtig nach. Gehen ein bisschen ins Orange rein. Fahren hoch an der Spitze der Schulter. Und fahren auch hier hoch. So. Ich lade im Übrigen die Modellbilder alle hoch bei dem DAKA DAKA Forum. Das verlinke ich euch unten nochmal. Da seht ihr so meine gemalten Figuren. Mal gefinished, mal nicht. Da seht ihr dann mehr. So und das ist eigentlich die Schulter, so wie ich sie schön finde. Wie sie für mich reicht. Nah aufgenommen, klar sieht man noch Farbübergänge. Aber wenn man die Figur jetzt weiter von sich weg hält, zum Beispiel, merkt man, wie angenehm das doch fürs Auge ist. Hier können wir nochmal ein kleines bisschen nachziehen. Ein bisschen mehr Gelb hinzugenommen nochmal. Dass uns der Übergang nicht so weh tut. Und ich verwende nur diese drei Farben mit Weiß. Die drei genannten Farben. Ich habe keinen Affiliate Link. Ich habe nichts, wo ihr die direkt kaufen könnt. Ihr könnt sie googeln. Wenn ihr meint, im späteren Verlauf wollt ihr dann, wenn diese Videos euch gefallen, wie ich was male. Im späteren Verlauf wollt ihr diese Farben mal über meinen Link kaufen oder dass ich da was erstelle. Dann sagt Bescheid, dann mache ich das. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Das ist auch recht anstrengend. So, jetzt zeige ich euch noch was anderes. Backpack. Was muss man noch machen? Dieses Backpack ist im Übrigen nicht so geliefert worden, wie ihr es seht. Also hier links seht ihr, da habe ich das ein bisschen angepasst. Da komme ich, das zeige ich euch jetzt mal. Passt auf. Also wenn oben Licht drauf scheint. Frontal. Wumms, oben rauf. Eine hohe Sonne. Dann sind auch die oberen Stellen am hellsten. Das seht ihr hier an der Schulter. Weiß. Oben auf dem Kopf. Hells gelb. Weiß. Abschwächung zu orange. Das sieht man auch so sehr gut, dass man diesen Übergang vernünftig erkennen kann, wie die Sonne darauf scheinen soll. Profis würden jetzt sagen, im Urlaub musst du noch ein bisschen anders machen, aber mir reicht das. Auch hier oben auf dem Backpack und auch vorne an der Waffe. Auf der Waffe ist es heller, die ist auch ein bisschen dreckig, das ist Absicht. Es ist heller und an der Seite ist es orange und ihr seht am blau auch diesen überstrahlenden grünen, leichten blauen Schein. Und vorne in der Waffe seht ihr im Übrigen auch diese kleinen Laser-Dots. Die Energie, die da drin schlummert in der Knarre. Gut. Im Backpack seht ihr auch natürlich hinten komplett orange, weil da das Licht kaum rauf fällt. Das heißt, rein theoretisch ist sogar die Grundfarbe dieses Space Marine Ordens eher orange als gelb. Das muss noch eingepasst werden an das. Im Grau seht ihr es auch, habe ich es auch versucht. Aber auch hauptsächlich versucht, weil eine graue Rüstung dann noch mit Farbgebungen und Helligkeit und so anzupassen ist. Nicht so easy mit Pinsel, sondern eher mit Airbrush möglich. Aber für mich als Non-Pro ist das, denke ich, okay. Hier muss ich auch noch den Bolter anpassen. Hier vorne wird er orange noch werden. Totenkopf nochmal ein bisschen abarbeiten. Ja. Ich muss noch ein Loch vorne reinbohren, sehe ich gerade. Damit die Knarre mehr an der Knarre aussieht. Und hier oben muss ich auch nochmal natürlich die Seiten mit orange dann nachziehen. Damit das alles ein bisschen angepasster, schicker aussieht. Ja. Das ist so das Vorgehen, was ich noch machen muss. Auch hier hinten der Backpack muss komplett orange werden. Fast komplett. So, das Ding gehört nicht dazu. Das habe ich rangeklebt. Das Teil, diese Totenkopf der Adler, gehört auch nicht dazu. Die Kette gehört nicht dazu. Die habe ich rangebaut. Finde ich coole Ergänzung. Ja. Die Base selbst ist aus Kork. Mit Kristall oben reingebaut. Aus Kork. An einigen Bases mit Kork, bei anderen mit Plastik. Die ganze Welt, wo sie drauf rumrennen, besteht aus Kristallen. Das seht ihr auch links. Da sieht man das gut. Die Marines werden auch im Übrigen in einen Diorama eingearbeitet. Die kriegen einen Magneten runter. Und dann werden sie in der Höhe, wie sie den Kork seht, kann man sie dann in dieses Diorama stecken. Kann sie aber auch rausnehmen, um damit zu spielen. Ich muss mal gucken, ob ich die Bases so hoch lasse. Weil so hoch ist auch die Schaumstoffplatte des Dioramas. Wo ich sie einfach immer wieder anders auch anordnen kann. Und ihr seht drei Farbschichten. Das ist, als würdet ihr in die Erde schneiden. Mit so Lücken für die Kristalle und und und. Gut. Mal zur Seite mit euch. Und noch ein bisschen Vorstellung anderer Figuren, die ich habe. Den lasse ich mir hinten stehen, weil den müsste ich nachher noch fertig machen. Wir haben noch einen Flammenwerfer. Auf den bin ich recht stolz. Ihr seht einen roten Kopf, andere Kennzeichnung, weil er einen Flammenwerfer trägt. Und vorne die Flamme habe ich modelliert mit Green Stuff. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mit Green Stuff was modelliert habe. Ich habe auch nicht ganz den Mix des Green Stuffs hingekriegt. 50-50. Also der ist nicht ganz hart geworden. Deswegen darf man gar nicht so doll in die Flamme kommen. Aber ich bin dann recht zufrieden mit dem. Wenn ich dann noch die Gelbtöne anpasse, wird das richtig schick. Dann sieht das Feuer cool aus. Als wenn das so ein Flammenorden wäre. Das ist echt geil. Richtig geil eigentlich. Der Orden heißt Murum Lux. Dann könnt ihr mal. Es ist Latein. Hier seht ihr auch noch einen Marine, der mehrere Siegel mit sich führt. Und ein Schwert. Das Schwert hat so einen leichten grünen Schimmer. Das kann ich noch nicht. Das habe ich noch nicht hingekriegt, dass ich da eine vernünftige Waffe designen kann. Von der Farbe her. Das denke ich klappt später. Ja, sonst zeigen kann ich euch den. Der hat die Kette zum Beispiel auch an der Schulter. Und er hat Gras im Boden drin. Das geht auch. Kann man auch alles modellieren. Und das sind halt alles die alten Marine Modelle. Die Primaris finde ich besser anzumalen. Die sind größer. Man hat mehr Flächen. Man kann besser mit Licht und Schatten arbeiten. Als die kleinen Marines, die dann noch etwas anstrengender waren. Finde ich jetzt. Gut, das ist nochmal ein Bazooka-Typie vom Tactical Squad. Der hat ganz viele Insignien an der Rakete. Es ist fast so, als würde der Imperator selbst die Rakete abfeuern. Und unten kniet er über einem toten Tyranninen. Das fand ich recht cool. Naja. Und es ist das erste Mal, dass ich ein Gesicht gemalt habe. Ich versuche da mal kurz näher ranzugehen. Sogar die Augen dort hingekriegt. Aber war schwer. War schwer. Noch nie Gesichter gemalt. Das erste Gesicht. Naja. So, und dann gibt es die letzte Vorschau. Ne, die vorletzte. Das ist ein gerettetes Modell aus Ebay. Ein Apothekarius. Der war komplett versaut. Den musste ich erstmal wirklich neu nachmalen. Ihr seht so ein bisschen poröse Stellen. Das war nicht mehr anders machbar. Weil der Besitzer mir eine Figur geschickt hat. Auf dem Bild sah es nicht so aus. Es war sehr schwer anzumalen. Es fühlte sich an, als würde ich teilweise ja so ein bisschen auf Erde malen. Also ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Aber ich, da finde ich, für habe ich den gut retten können noch. Und das ist mein Chef vom Tactical Squad. Er trägt noch keinen Namen. Wenn ihr da einen Namen für habt, den ich oben und an der Schulter ranmalen kann mit Feinleinert, dann sagt Bescheid, wie ich ihn nennen soll, diesen Anführer. Am besten wäre ein lateinischer Name. Und wenn ihr eine Art habt, eine Idee habt für ein Symbol oben, für den Clan komplett, für die Schultern und für diesen Kreis da oben, den ich malen kann, Freihand, sagt Bescheid. Schlagt was vor, malt was mit Paint. Muss rund sein. Ja, und sonst seht ihr, unten hat er am Gürtel auch ein Spruchband, also so ein Pergament mit Sprüchen, die ihn in den Krieg führen und ihn schützen sollen. Genau wie die ganzen, ganzen, ja, Bänderchen. Wer essen die noch? Was habe ich gesagt? Siegel mit Was hängt da dran? Ich heiße das nicht mehr. Ich bin auch nicht so im Law drin, nicht komplett so. Wer weiß, vielleicht bin ich bald. Mal gucken. Ja, und wie gesagt, es ist die erste Folge, dass ich mal sowas mache, wenn es ein bisschen unscharf mal dann sein sollte. Dickes Sorry natürlich. Ich habe noch ein Devastator-Score, den kann ich euch nochmal zeigen, den Anführer davon, ist der hier. Und die habe ich auch über Ebay gekauft und die wurden blau grundiert und blau zusätzlich angemalt. Das war eine Qual. Dieses Blau kriegt man fast nicht weg. Das war heftig. Ich wollte es nämlich nicht nochmal grundieren, dann wären zu viele Details weg. Und deswegen habe ich ganz vorsichtig in zig Layern über diese Figur gemalt. Und dann habe ich diesen Devastator-Anführer hingekriegt und die stehen auch auf den kleinen Bases, nicht auf den großen. Weil sollen nicht zu viel Platz wegnehmen. Und ich wollte mal gucken, ob man diese, ob man jeden Trupp auch auf kleinere Bases setzen kann. Fand ich gut. Werd aber bald vermutlich auf größere Bases umschwenken, wenn ich nämlich, also ich designe die gern. Hier zu guter Letzt kann ich euch dann nochmal einen Scharfschützen zeigen. Der auch eine ganz, 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 ganz interessante Base hat. Ein bisschen übersteht an der Seite sogar. Und seine Knarre. Hier seht ihr gut, wie das Blau durchschimmert. Und da hätte ich das übermalt, hätte ich ganz viele Details noch verloren. Aber das sieht man wirklich nur, wenn man ganz nah mit der Kamera rangeht. Sonst so, wenn man mit der Figur spielt, sieht man das nicht. Ja, okay. So seht ihr, mache ich das hier. Ein Blatt Papier, meine Tastatur und dann kommt das Modell hier drauf. Ich habe derzeit noch eine andere Aufgabe, diesen Drop Pod fertig zu machen. Und das ist eine Qual mit dem Gelb. Wirklich schwer. Auch bei Ebay gekauft. Rot grundiert. Also geerbrushed. Und ich mache das jetzt so, dass ich, wenn der Drop Pod einschlägt, ja, dann schlägt der ein und hat natürlich unten Dreck. Wie ihr seht, hat Dreckspuren dran. Hat auch Rost dran. Rost an den Muttern, an den Schrauben hier zum Beispiel. Habe ich mit Rostpigmenten eingefügt. Zeige ich euch noch, wie ich das mache. Und auch der Adler hat das, hat Rost drumherum, Abnutzung. So sieht das ganze Ding immer mit aus. Und, und, ähm, innen drin hat er auch Dreck dran. Bin ich noch nicht fertig. Muss noch einiges folgen. Aber bis jetzt bin ich da dann doch recht zufrieden mit. Hier, so sah das vorher aus. So ist es bis dato. Das ist noch nicht fertig. Das ist auch noch nicht fertig. So seht ihr richtig die Herangehenweise. So sah das vorher aus. So wurde der geliefert von dem Kollegen über Ebay. Und das habe ich draus gemacht. Ihr könnt ja mal sagen, was besser aussieht. Das oder das. Naja. Gut. Das war's. Erstmal, dass ich das gemacht habe. Sagt mal Bescheid. Und gehabt euch wohl. Wir sehen uns bald wieder. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.